Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin die Shan und ich wollte heute ein kleines Craft-Update geben mit den Karten zu diesem Stempelset von den lustigen Pinguinen. Eine ganz liebe Abonnentin hat mich gefragt, da einige Kartenvorschläge zu machen. Mache ich natürlich gerne für die, die wissen wollen, um welches Stempel des Set es sich handelt. Das ist von My Favorite Things. Sieht im Ganzen so aus. Ihr wisst, meine Stempelbewahrung ich gerne in solchen Hüllen auf. Wer das Video noch nicht kennt, ich kann es oben mal verlinken. Ich versuche es hier oder unten in der Infobox. Und das hat die Nummer B20, Penguins and Parrotals. Also wie gesagt, ist von My Favorite Things. Selber gekauft. Vorsicht, Werbung will ich in Markenerkennung. Und ja, ich wollte euch die Karten mal zeigen. Also diese kennt ihr schon höchstwahrscheinlich. Die haben wir zusammen koloriert, den lustigen Pinguinen. Für diejenigen, die das Video nicht kennen, ich versuche es hier zu verlinken oder unten in der Infobox. Und den Karten auflegen haben wir auch zusammen gemacht. Dazu gibt es auch ein Video. Das versuche ich wieder hier. Oder unten zu verlinken. Und ja, im Prinzip ist das mit den Watercolors von Action gemacht. War ziemlich lustig. Ich habe gerade noch die letzten Tropfen weggewischt. Also deckt es euch gut ab, für diejenigen, die es ausprobieren. Hat auf jeden Fall Feds gemacht. Ja, das war Kartenvorschlag Nummer 1. Dann habe ich eine total simple Karte gemacht, wo ich im Prinzip einen Kartenaufleger gemacht habe aus dem Aquarellpapier von Action. Also ich mag die Haptik ziemlich gerne. Ich mag es auch gerne anfassen. Nur ich nehme es nur nicht zum Aquarellieren, sondern ich nehme es eigentlich zum, ja, zum Kartenauflegerbasteln. Und da habe ich mir einfach nur Designpapier dazu genommen, habe mir mit der Kreisstanze quasi einen Kreis ausgestanzt und habe mir hier aus diesem Set dieses Wasser und hier diesen, ja, diesen Wellenkreis, habe ich mir im Prinzip hier nur ausgestanzt, habe mir das als Stranding gemacht und da liegt der einfach pritsche prät und faul in der Sonne. Und habe halt hier einfach nur draufgestempelt und habe hier nochmal so einen kleinen Akzent gesetzt, nochmal kleine Glitzersteine drauf und für mich war die Karte so fertig. In der Art und Weise mit dem Kreis machen wir auch noch eine Karte zusammen, nur nicht mit dem Stempelset, mit was anderem. Und dann habe ich noch eine andere Karte, also im Prinzip war hier, dass ich mir ein bisschen Designpapier verbrauchen wollte und dann haben wir noch die dritte Karte, die ich euch zeigen wollte. Die werden wir gleich nochmal zusammenbasteln, also für die, die Lust haben, können gleich dranbleiben. Und ja, im Prinzip habe ich hier auch wieder Designpapier verwendet. Ich habe embossed. Ja, embossen tue ich ziemlich gerne. Also ich habe mich da wirklich beraten lassen in unserem Scrapbook-Laden, also Anfang des Jahres hat da ein Scrapbook-Laden aufgemacht und ich war immer sehr unzufrieden mit meinem Embossing-Pulver und ich nehme jetzt immer das von Ranger. Es gibt da auch ein super feines, also ich habe es mir auch selber gekauft, bin nicht gesponsert. Wenn ich es finde, kann ich es euch eventuell verlinken. Und ja, und das funktioniert ganz gut, das mag ich ganz gerne. Ja, und dann habe ich hier noch ein paar Teile ausge-, also koloriert. Quasi ist das die Palme davon. Und noch ein paar Eneminal-Dux mit den Nuvos drauf gemacht. Das ist Nuvo Crystal Drop. Ich zeige euch heute alles, was ich benutzt habe, weil oftmals, dann bin ich ja im Kommentieren und sage, was ich benutzt habe, nicht, dass ich das schlimm finde oder so. Ich könnte es nur einfach gleich sagen, weil dann weiß es nämlich jeder. Okay, hier habe ich dann auch den Umschlag noch gestempelt. Werden wir jetzt nicht zusammen machen, weil stempeln könnt ihr ja alleine. Ihr wisst, mein Stempel-Tool, das nehme ich auch immer. Und ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen vorbereitet gehabt. Ich habe mir meinen Kartenaufleger vorbereitet, meine Karte, meinen Umschlag und meine verschiedenen Teile, dass ich euch das einfach nur zeichnen kann. Wir brauchen eine Schere. Ich habe noch ein bisschen Washi-Tape. Hier habe ich im Prinzip auch Washi noch draufgeklebt gehabt. Ich nehme jetzt hier diese schwarz-weiße. Das ist mein absolutes Lieblings-Washi. Also es ist schon beinahe leer. Ich bin auch schon ganz traurig, aber es reicht noch für einige Karten. Dann brauchen wir noch ein paar Foampads. Und das war es dann, glaube ich. Mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. Und ja, schauen wir mal. Fangen wir mal an. Wie gesagt, ich habe mir als erstes meinen Kartenaufleger geschnitten. Der ist dann quasi 5 mm kleiner als meine Karte. Das heißt, ich glaube, die ist 14,8 bei 10,5. Und dann ist das quasi dann 10 bei 14,3. Messen wir nochmal nach. Was habe ich dann gemacht bei meiner Karte? Im Prinzip habe ich mir dann hier mein Washi hingeklebt. Das machen wir jetzt hier auch. Ich möchte allerdings diesmal, dass dieser Streifen, weil ich habe euch ja schon mal verraten, dass ich immer gerne nach einem goldenen Schnitt arbeite oder versuche nach einem goldenen Schnitt zu arbeiten. Und jetzt ist mir das hier, der Streifen des Designpapiers, ist mir ein bisschen zu groß. Das heißt, ich klebe mir mein Washi auf mein Designpapier. Einfach nur, um es optisch zu verkleinern. Versuche ich ein bisschen halbwegs gerade. Ich reibe mir das fest. Klick mir das hintenrum. So. Und ich finde dieser schwarz-weiße gestrichelte Rand, den finde ich einfach super cool. Benutze ich die letzte Zeit ziemlich gerne bei meinen Karten. Was habe ich dann gemacht? Im Prinzip habe ich hier auch nochmal mit mit meinen Stempelkäschen und meinen Kabuki-Kasten ein bisschen eingefärbt. Die Schan muss wieder umräumen hier. Und zwar wisst ihr ja, dass ich gerne diese Stempelset verwende. Kann man leider nicht mehr kaufen. Sorry. Ist einfach nur schon wahnsinnig lange in meinem Besitz. Dann habe ich mir im Prinzip meinen Kreis, meinen Doily, nur ein bisschen eingefärbt. Nur einfach, um es noch ein bisschen abzuheben. So. Dann haben wir das damit eigentlich schon erledigt. So. Dann konnte man das auch schon aufkleben. Jetzt habe ich mein Leim hier gerade nicht stehen. Ich muss kurz mein Leim holen. So. Dann können wir uns den nämlich schon aufkleben. Und den Kreis habe ich in der gleichen Ebene geklebt, quasi wie mein Designpapier. Gleiche Ebene bedeutet für mich, dass ich es einfach platt aufklebe. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, dass ich eben ein bisschen unterhalb der Mitte bin. Und dass hier das ein bisschen nach außen schaut. Gut, jetzt bin ich genau auf der Linie von dem Washi gewesen. Das hat mir nicht gefallen. Deswegen möchte ich das nicht unbedingt in einer Linie haben. Deswegen habe ich das jetzt nochmal geschoben. Dann schneide ich es mir hier einfach mit der Schere weg. So. Und reibe mir das schön fest. Und dann kann ich im Prinzip auch schon meine Palmen kleben. Jetzt habe ich... Ja, ich habe eine aus einer älteren Session noch mit Aquarellmarkern. Quasi. Eine etwas neuere mit Alkoholmarkern. Dann machen wir die eine mal nach hinten. So wie wir es da gemacht haben. Ich habe hier auch noch eine kleine Sonne. Die kommt dann auch dahinter. Die war auch in der gleichen Ebene geklebt. Quasi wie mein Designpapier. Die können wir auch gleich kleben. Und zwar klebe ich dann immer nur gerne den Dopsen in der Mitte. Dass die sonst dran noch so ein bisschen abstehen. Weil das hat nochmal wie so einen kleinen 3D-Effekt. Und ich finde... Mir gefällt das in irgendeiner Weise, wenn da ein bisschen was rumwaffelt. So. Die erste Palme haben wir auch in der gleichen Ebene geklebt. Klebt man die jetzt auch gleich nochmal. Nehmt den Kleber eures Vertrauens, den ihr dafür haben wollt. Dann habe ich die so ein bisschen hier so draufgeklebt. So. Schauen wir mal, dass es ungefähr gleich ausschaut. Ich meine, es kriegt schon einen anderen Eindruck, weil ich hier das schwarze Washi genommen habe. Und im Prinzip habe ich hier auch nicht im Bust. Ich habe hier im Prinzip auch den Spruch jetzt in schwarz-weiß. Einfach um zu gucken, inwieweit das anders wirkt. Man möchte ja auch nicht immer hunderte Millionen die gleichen Karten haben. Zumindest ich nicht. Dann klebe ich hier mir wieder ein paar Foampits auf. Ihr wisst, ich arbeite gerne in zwei verschiedenen Höhen. Ich nehme jetzt quasi meine kleineren. Also die weniger hohen. Und bupsen wir die hinten drauf. Bups. Den habe ich schon wieder verkniesknadelt. Dann hier auf dem Stamm noch ein paar. Dann müssen die ja nicht geizig sein. Zipp. Dann friebe ich mir die wieder ab. Und klebe die gleich auf. Wem es zu lange dauert, bitte vorspulen. Es ist einfach nur, dass ich es euch zeige, wie ich es gemacht habe. Das ist nämlich keine Hexerei. Das kann nämlich jeder. Jetzt guckt da das blöde Ding drüber. Das merke ich ja nun mal gar nicht. So. Hier. Bippen. So. Dann kleben wir das hier so ein bisschen an den Rand. Jawohl, ja. Dann habe ich hier meinen kleinen Freund. Den kleinen Freund habe ich die dicksten Pits dran geklebt. Im Prinzip. Ach ja. Jetzt habe ich damit schon angefangen. Ich wollte erst mal einen Spruch eigentlich machen. Und zwar, was ich da die letzte Zeit gerne mache, dass ich mir das schräg abschneide. Ganz easy peasy. Das hat natürlich einen total coolen Effekt, finde ich. Irgendwie. Das ist total easy. Und doch, finde ich es eigentlich cool. Und dann habe ich mir diesmal einen schwarzen Streifen dazu als Hilfe genommen, um es etwas abzusetzen. Das ist die Frage. Ich glaube, ich mache hier meine Medium Pits drauf auf meinen Spruch. Und klebe den schwarzen Streifen aber doch in 3D auf meine Korte. Schauen wir mal, wie das wirkt. Fummel ich mir die kurz wieder ab. So. Und dann ist die Frage, ob ich mir das hinten auch schräg abschneide oder ob ich es gerade lasse. Habe ich mir jetzt hier in die Mitte geklebt. Lassen wir es gerade. Oder schneiden wir es ab. Wir schneiden es ab. Ganz eindeutig. Ja, dann habe ich hier im Prinzip auch wieder meine Formpitz draufkleben. Zip. So. Frieren wir uns die Dinger wieder ab. Da möchte ich gerne noch zwei draufhaben, sonst ist mir das zu wenig. Da habe ich Angst, dass es eingedetscht wird. Kleben wir es uns hier schön drauf. Ein bisschen höher, dass hier kein Loch entsteht. Das hätte mir jetzt optisch nicht gefallen. Jetzt kleben wir unseren kleinen Freund hier drauf. Der steht im Prinzip auf meinen Spruch. Schauen wir gleich mal, wie das ausschaut. Und dann habe ich eigentlich noch so einen Beil gehabt. Den habe ich eigentlich auch koloriert gehabt. Ach ja, genau. Da ist er. Der Beil. Und den klebe ich mir auch hier wieder dahinter. Und dann finde ich, ist das eigentlich der Kartenaufleger auch schon so gut wie fertig. Jetzt schneiden wir uns hier noch. Jetzt habe ich schräg geschnitten. Ärgerlich. Auf den letzten Moment noch. Na gut. Was ich dann die letzte Zeit sehr gerne mache, seht ihr hier auch, dass ich mir da dieses Foam-Klebeband runter mache. Ach ja, und dann sehe ich gerade. Eigentlich habe ich überlegt. Ich habe da mal so etwas hier in einem Paket mit drin gehabt. Habe die, glaube ich, in der anderen Karte schon mal gesehen. Für die Jungs-Karte. Und ich habe überlegt, ob wir uns so etwas noch dahinter machen. Weil das gibt immer noch mal so einen schönen Effekt. Wenn man sich den noch mal dahinter klebt. Ich habe es mir im Prinzip um die Finger gewickelt. Und jetzt fände ich das, glaube ich, ganz cool, wenn das hier noch irgendwo so dahinter wäre. Das gibt, glaube ich, nochmal einen coolen Effekt. Ich bin nur gerade am überlegen, wie wir es festmachen. Da habe ich noch irgendwelches Wuschel hier rumwollern. Wir müssen ja welches nehmen, was nicht wirklich so breit ist und auffällt. Wenn wir dann den Anfang finden. Bis dann hat sich der Faden noch dreimal aufgewickelt wieder. Und ich bin am Fluchen. Gucken wir mal, ob wir den noch mal leicht ablösen können. Ja. Ha. Haben wir doch ein Glück. Danke, Universum. Und dann kleben wir uns das mal hier. So doof. So, dass uns das hier in der Pinguin dann machen wir uns hier nochmal mit Dupsen drauf. Dass die gleich auch gut halten. Dass nicht die Klebekraft nachlässt, nur wenn wir es nochmal abgefrummelt haben. Dann haben wir hier noch ein bisschen was Band. So. Und dann wollte ich euch eigentlich zeichnen, dass ihr dieses Foamband, da bin ich die letzte Zeit echt Fan von, weil das auf eurer Karte nochmal den letzten, verleiht eurer Karte echt nochmal den letzten Schliff, wenn das nochmal sich so vom Kartenrückrolling abhebt. Finde ich zumindest. Finde ich sehr, sehr schick. Werde ich wahrscheinlich jetzt erstmal die nächste Zeit beibehalten, weil wenn ich mich da erstmal an was gefräsen habe, dann bleibe ich da eine Zeit lang dran. Also. Machen wir die. Füllen wir uns auch wieder ab. Kontrollieren immer nochmal vorher, in welche Richtung die Karte aufgeht. Jungs, Mädels, ich saß nicht ohne Grund. Jawohl. In die Richtung geht die auf. Und dann kleben wir uns unseren Kartenrunden. Drauf. Sieht so aus. Könnte man fast schon so lassen. Ist mir so noch ein bisschen, ein bisschen zu langweilig. Jetzt überlege ich, mache ich mir grüne drauf oder nehme ich die lilan wieder. An sich müsste ich die lilan machen, weil die hatte ich auf der Beispielkarte auch gemacht. Im Prinzip habe ich lila hier an dem Teil. Dann machen wir einfach auch nochmal lila. Und dann gehe ich einfach nach Gefühl, was mir so am besten gefällt. Ich gehe gerne im Dreieck durch das... Lass mal gucken, dass es auch nicht so matzt. Im Dreieck gerne durch über meine Karte. Auch hier wieder im Dreierformat. Können wir den ein bisschen größer machen. Und dann möchte ich gerne hier oben noch eine haben. Weil ich ein bisschen größer. So, und dann hätte ich gerne hier oben eine. Und dann könnte man überlegen, ob man hier und da nochmal eine kleine reinsetzt. Den machen wir ein bisschen größer, weil er mir gerade verschwommen war. Dass die nicht gleich sind in der Größe, weil spannend wird es erst, wenn es in der Größe variiert. Meiner Meinung nach. Also, dann setze ich den, den. Machen wir hier noch einen hin. Nicht mehr zu viel, sonst wird es too much. Ich würde es so lassen. Ich lasse es auch so. Ist ja meine Karte. Dann kommt am Ende nochmal ein Stämmer hinten drauf, wenn es getrocknet ist. Das mache ich lieber jetzt nicht, weil dann versaue ich es mir wieder. Und dann war das im Prinzip unsere Karte, die wir zusammengebastelt haben. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Das nächste Mal. Einen kleinen Vorgeschmack kann ich euch schon geben. Vielleicht die basteln wir noch zusammen. Also, von dem, wer da drauf Bock hat. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Eure Jan. Ciao, ciao. Ach ja, und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch ein Like. Ein Abo ist auch kostenlos. Und wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt mit meinen Projekten, dann schaltet die Glocke an. Dann kriegt ihr nämlich eine Benachrichtigung. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Zeit. Seid schon kreativ. Und ich freue mich auf euch. Aufs nächste Mal. Bis dahin. Eure Jan. Ciao, ciao. Ciao, ciao.